In der Nacht seines Todes hat die Familie also gemeinsam den 85. Geburtstag ihres Vaters gefeiert. Wie war's? Die Party? Vor Vaters Tod? Oh, die war toll. Sie glauben, jemand aus der Familie hat ihn ermordet? Wollen Sie das damit anrufen? Sie alle lieben es, sich gegenseitig das Messer in den Rücken zu lassen. Ihr könnt mich mal. Oh, wie reizend von dir. Ach, ich dir leck mich doch. Wie ist es damit? Leck mich, leck mich, leck mich. Oh, du leck mich sowas von. Ich vermute Fremdeinwirkung. Und ich habe noch keinen als Verdächtigen ausgeschlossen. Ich werde leben, 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 mil, live, live. Until I die. Untertitelung des ZDF, 2020